Guten Abend Leute, es gibt mal wieder brandaktuelle News. Diesmal geht es mal wieder um die Promi-Welt. Und zwar um genau zu sein, um den Ex-Fußballer David Beckham. Der freut sich nämlich mal wieder, der Trüger Onkel zu werden. Und zwar hat seine Schwester Joanne auf Instagram gepostet. Ich freue mich bereits auf den Kleinen. Der Vater soll im Übrigen Christian Nelly sein, den viele von euch bestimmt fest gesehen haben, noch aus dem englischen Bergprasso vom Jahr 2009. Nein, dann großes Daumen zurück und auf ein gutes Onkel sein, wenn es dann essen sollte. Ich wünsche euch jetzt nur noch einen schönen Abend.